Herr Vogt, wie bewerten Sie den Abbruch der Jamaika-Sondierungsverhandlungen? Ein großer Tag für dieses Restdeutschland. Denn was hätte Jamaika bedeutet? Mehr Macht und Einfluss von den grünen Politikern. Wir hätten künftig auf unseren Autobahnen kein Gas mehr geben dürfen. Dieselfahrzeuge würden verbannt, Kraftwerke abgeschaltet, damit unsere Nachbarn in Tschechien und Polen weitere Atomkraftwerke bauen können. Es ist eigentlich unglaublich, was man dem deutschen Volk noch alles zumuten will. Ich wage zwar nicht zu hoffen, dass jetzt die Situation der Migrationsrückführung besser wird, aber in jedem Fall schlechter kann es nicht mehr werden. Und wir sollten darauf setzen, bald in Deutschland Neuwahlen zu bekommen, damit sich die politische Situation wieder ändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020